ARD Text im Auftrag von Funk Lieber RPD, als Sumpf. Entschuldige, eine Hand für sich. Wir haben keinen Undying im Spiel. Ich mach gerade einen Dunkelkater weg. Was macht sie jetzt? Nein, wo wen? Hier, guck mal, wo wir gespawnt sind an der Kiste. Das ist eine gelbe Taschenlampe. Sie geht vom Hauptgebäude weg. Ich habe ein leuchtendes Sodom gefunden. Lallebein. Oder unter drauf. Oh, nee, hat Lallebein. Jetzt hab ich mich jetzt weg. Sie ist bei uns, sondern... 3, 2, 1 Oh Gott, sie hat blaue Augen. Und sie hat es mitbekommen, dass ich das war. Oh Gott, ich bin tot. Grüße. Na? Tut mir leid. Mit der Tote. Da müssen wir überreden. Bin mir nicht, okay. Das ging schnell. Das ging schnell. Können wir ihn werfen? Ja. Ja, das erste Mal hat sie sehr gut drauf. Beim zweiten Mal kam. M1 hat sie gesagt. Ich habe einen grünen Schlüssel gefunden. Das ist ein Kult. Immerhin der drittbeste noch von allen Schlüsseln. Beim Boot, bei der Parole, habe ich gesagt. Ja, sie geht da gerade aus. Ich bin aber hier bei Steffi, ich kann sie holen. Okay, sie hat mich gesehen. Dann können wir zusammen heilen, ich brauche vor, ob wir heilen. Nee, das wird doch nichts. Doch, erst schon. Ich gehe noch mittel zu uns. Nee, dich meine ich nicht. Ja, natürlich. Genau. Hoppen. Hoppen. Ey, ich hoffe, wir anzukleben wir noch. Das ist einfach mal ein ganz anderes Kaliber als die Hand ist von jedem, ey. Inwiefern? Ich will nicht zum großen Boot kommen. Ich glaube nichts. Dann bitte nicht zum großen Boot kommen. Aber für Steffi hat es gereicht, wenn es so wird. Nee, ich sage es nur. Das habe ich nicht gehört. Ich bin oben auf dem Schräg, warum auch immer. Holt die nächste. Das ist doch geil zu Jan im ganzen Game. Ich will jetzt weiterspachen mit Becky. Du willst uns auf Tröten hören. Und Conny. Ich bin hier. Und sind alle drei hier. Ja. Ich bin hier. 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 Kannst du das Totem machen? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, Haasi hat glaube ich Barbecue. Ich bin hier. Es ist Milchrisch. Hast du eine Hose, Don? Okay. Easy. Klar. Nope. Das hat er so. Das hört sich ekelhaft an, Haasi. Ist sie auf dem Gen-Kind-Steg? Bin ich bescheuert? Ist sie auf dem Gen-Kind-Steg? Ähm. Oh mein Gott. Okay, dann den Kinder-Steg. Nein, ich ja. Hat sie jetzt nicht rausgauen. Hat sie. Ich setze mich neben den Kinder-Steg. Ist hier auf dem Gen-Kind-Steg. In der Regel nicht, Conny. Aber Sachen hat er einfach auch gesagt. Sie wurde gekennet, weil sie ist über den Schrank gesprungen. Alles klar. Oh, jetzt hast du nicht. Eigentlich war es ein Fenster. Aber gut. Ja, nee. Ist klar. Drei Meter Luft. Aber ist okay. Ist okay, Haasi. Der Airboost ist gelassen. Ist was los? Ja. Wieso verpisst du dich? Nee. Soll ich Becky holen? Weil du vielleicht, wenn du erstmal den Gen-Kind-Steg mitfad ich musst? Sie ist noch auf dem Steg. Hat sich mal extra geholt. Und geht jetzt in Richtung der zwei am Gen? Genau. Die guckt nämlich jetzt. Danke, dass du noch geprägt hast. Nee. 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 Okay. Dann läuft sie dort wieder her. Oder? Sie ist bei mir. Das war trotzdem Time Delivery. Mhm. Komm zurück zum Park. Zum Gen... zum Park? Ne, zum Park. Hat mich gesehen. Schlangen ist cool, sagst du? Ja. Ich hab mein Deadhead gewastet. Moin. Au. Moin, au. Was ist falsch mit dir, Huntress? Ich bin bei Steffi. Ja, ne, ist klar. Warum hat sie mich jetzt liegen lassen? Weil sie mich nicht gesehen hätte. Agitation würde ich sagen. Ich bin wahrscheinlich jetzt reichen. Ne, die ist hier oben auf dem Boot. Auf dem Schiff. Schiff, Boot. Schieß mich tot. Guckt in eure Richtung. Dann halt durch. Ich muss erst noch mal warten. Bisschen weg, sonst wird's ein Fairtrade. Oh, extrem. Ich komm zum kleinen Boot. Oh Gott, ich hab keine Iron Maiden. Nein, hat sie nicht. Hey, hey! Heyyyyuh! We make it and so. Hey! Ich hätte jetzt überlegen, sonst schmeiß ich mal die Strike weg oder nehm ich ihn aus? Heben aus. Ach komm her, was soll's! Veidt bis jetzt nicht getunnelt. Inzwischen, da schmeckt eure Echse. Sie kommt zum kleinen Boot. Autsch. Direkt auf der anderen Seite von der Pale Rose ist noch ein Djinn. Kasi tues nicht. Man wirft nicht mit Echsen. Das könnte ins Auge gehen, meinst du? Ja. Ja. Weg! Ich zieh keine Palette bei dir. Mieke! Oh! Mieke! Ich gebe jetzt den Shake. Oh no, bitte nicht. Oh! Sie hat den Tren getreten auf dem kleinen Boot. Sie hat mich lieb, der Don gesehen. Ah, aber Don ist tot. Ja, ich kann nichts dafür. Ne, ne, um Gott. Das wollte ich damit jetzt gar nicht sagen. Ne, sie geht zurück, sie hebt mich auf. Ich komme in den Keller. Mein Jen ist jetzt Hälfte. Yay. Ich muss sagen, wie ich Becky retten muss. Mhm. Ich bin neben der Pale Rose. Der ist jetzt dreiviertel. Aber ihr Summen wird leicht. Das geht, glaube ich. Sie hat nicht gesehen. Ich muss Becky holen. Dann warte, dann lass mich gleich. Zu spät. Das schaffst du eh nicht. Ich sag, vom Teil war nichts geworden. Aaaah. Doch, das wäre etwas geworden. Ich wollte mich dazwischen werfen. No, Pasi. No. Wie war das? Hat das eben nicht getunnelt? Ne, sie geht zurück. Ne, sie geht zurück. Achso. Sie geht zurück. Aber sie hat noch mal eine Axt nach mir geworfen. In der Hoffnung, dass sie mich treffen könnte. Sie kommt zu uns. Ja. Okay. Ich hab auch wieder Gesang. Ahtre. Nein. Nöt nöt. Jetzt kommt nöt. Das war ein Baumstamm. Sag, Maddon, bist du noch da? Jaja, der ist noch da. Der rennt hier neben mir. Der wird ja nicht verstanden. Konzentrier mich gerade. Ja. Ja. Entschuldigung. Sie ist bei mir. Entschuldigung. Sie ist bei mir. Was? Als ob die drauf war. Ich hab keine Aktion. Ich hab keine Aktion. Laber doch nicht. Direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Okay, das zweite. Weil Conny ist komplett woanders. Puh! Shit. Ich hab gedacht, so viel mit dem Weg abzuschneiden. Direkt eben an. Aber kein Nöt. Es hat mich eben geschlagen. Okay. Ich hab gedacht, so wird anders drum gehen. Ich mach das zweite Tor auf. Oh je. Sie kommt zur Pirate-Check oder schmeißt sie zumindest. Aufmachen und 990. Aufmachen und 990. Genau. Ich lauf hinten rum. Ja. Ja, ja, ja. Ich komm dir entgegen. Nee. Ich lauf hinten rum zum rechten Ausgang. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja, das hab ich auch gemacht. Ich seh dich. Ich hab ja Empathie dabei. Heißt du nicht wo, dass du das funktioniert hast? Jetzt geradeaus. Immer nur geradeaus. Ich hab eh. Das müssen nur noch funktionieren. Ich war grad da. Du musst halt nur sehen, wenn's geflogen kommt. So, das kommt. Und die geht ja. Die sind. Ist die bei dir doch? Ist die noch ein Ausgang? Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ich geh. Piuung. Okay, jetzt hol ich doch die Heilpunkte. Wir sind safe, wir sind safe, wir sind safe. Nein, raus. Alter. Mach das mal. Das hat's aber sehr fair gemacht, muss ich sagen. Ja. Ja. Schon mit der Cold Wind? Boah, also so lang. Ey. Nee, ich hab keinen Bock mehr auf Cold Wind. Ich glaube, wir sollten verabschieden sich sowieso nach der Runde. Da waren wir schon jetzt gerade einfach mal weg. Ich bin nach der Runde auch weg, ja. Wollte kurz auf meine letzte Runde erstmal. Ich bin da mal. Korrakt. Hi. Gina. Hanturino. Oh oh. Nicht am. Huntress. Sie zieht. Sie hat jemanden gesehen? Ja, sie hat mich gesehen. Kein Bui. Ich bin scheiße gelaufen. Wir haben irgendwie nur Chains am Rand. Umso besser. Also es ist nur ein einziger mitten drinnen an der Kellerscheckung. Der ist da auf der Seite, der korruiert ist. Okay. Ich geh Richtung Don. Ich bin recht genau. Ich bin recht genau. Ey Randy, zieh den mal weg. Geht nicht. Okay. Watt, 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 watt. Ich? Hör auf mit dem Scheiß. Komm her, mach den Haken frei. Komm mit. Ich muss ihn ja eigentlich nur abpucken und dann kann ich ihn hochweilen. Sie geht mir aber nicht hinterher. Nö, weil das ein Arschloch ist nicht gelöst. Ey Jake, bleib doch mal stehen. Willst du den Marathon gewinnen oder was ist los mit dir? Okay. Der schickt mich weg. Dann geh ich halt. Oh, der Jen mitten im Feld neben der Kellerscheck ist frei. Den fange ich jetzt gleich an. Ey, wie alt ist die so im Kriegel am Arsch. Ja, sie kommt zu mir. Gut. Boah, ja, na klar war der drauf, irgendwie. Sie hat von mir abgelassen. Musik Nach der Herren. Nach der Jorge. Alter, ich hab mehr Glück, wie verstand gerade. Die will auch mit aller Gewalt... Die Shack-Pallet ist übrigens weg. Ja, die will auch mit aller Gewalt Beile schmeißen. Ich glaube, die macht die Aufgabe vom Rift. Na, jetzt hat sie immer eins genommen. Na, wir sind doch schon wieder im Keller. Also, Don mitmacht, ich kann auch nicht. Gehe ich nicht, ich bin zum Rennen. Oh, Jake, das funktioniert nicht. Sie geht dem Jake hinterher, der hat versucht, den Haken zu sabotieren. Ja, dann willst du, dass er ist. Ich gehe. Na, sie geht doch weiter, ihm hinterher. Bis jetzt. Das ist mein Jender-Inkern fertig. Bein aus Hälfte, aber checken. Ich gehe erst mal weg, die kommen wieder hier in die Richtung. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Sie ist wieder an mir. Kannst du abhucken gehen, Steffi? Jo. Oder? Ich bin mir grad nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ein Haken, Leo. Nee. Bei mir ist er nicht. Hier kommt's zurück zum Haken. Hilfe. What? Das war ein Glückstreffer. Oh, toll. Und hier an dem Tor ist keiner. Nee, ich hab gerade einen Schick. Also sie hat mich mit Beilen abgeschmissen. Ich weiß nicht, ob sie noch Müll hat. Mein Tor ist Hälfte. Ich glaub, der kommt zu dir dann. Der Jake macht das andere Tor auf. Nee, das bin ich. Oder du. Also es sind ja auf jeden Fall... Ist dein Tor gerade aufgegangen? Ja. Nee. Also Don... Pardon, wegen... Meinst du ist jetzt offen? Keine Ahnung, der Jake ist auch noch. Der kommt hier auch gerade. Ich konnte keinen Nötfest machen, leider. Hier da raus, du hast gesehen, wo ich hergekommen bin. Ja, ja, ja. Oh Gott, da kam was geflogen. Ach, war schön gebodig geblockt. Pullt euch noch die Heilpunkte. Na, war doch eine gute Abschlusskunde. Jedenfalls. Da kam was geflogen. Alter, war ein Ding aufstehen. Jake wollte T-Beck. Brrrr.